Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein. Dafür kommt Viktoria Demidor. Nochmal. Nächstes saß Joli Knollema. Die Annahme gelegt Joli Knollema jetzt. Der DSC ist aber da. Und da sind sie sich nicht ganz einig bei der Abwehr. Da hat sich schon kein Erwachsener in Sicherheit gebracht. Da kamen nämlich Joli Knollema und Christian Rivers unisono anmarschiert. Vor dem ersten direkt wieder Probleme bei Knollema. Die jetzt aber einen starken Winkel auspackt. Genau auf Lober Fiong drauf. Nächster Versuch. Wieder ist die Slowenin da in der Abwehr. Wieder bei Wechsel jetzt. Schocks für den DSC. Sich den Satzball zu sichern. Das macht Lober Fiong, weil der Block dran war. Angeblich. Oh, das habe ich anders gesehen. Und Konzentri Winter hat es auch anders gesehen. Also Satzball. Für die Gäste. Wieder guter Aufschlag, Larissa Winter. Und das ist die Schocks für den DSC. Das ist Lewicka. Sie macht den Punkt. Und sicher Dresden Satz 1. Weil Stuttgart eine gute Phase hat. 14-14. Und jetzt sogar die Möglichkeit zur Führung. Alex Weibel will da eine Challenge nehmen. Das war das Zuspiel von Kerzi Feldman. Die Dapotz hier im Netz war. Und keine Netzberührung. Oh, das hat Fettman gut geregelt. Schnell gespielt auf Lemitz. Sie kann das Ding vorne nicht wirklich kontrollieren. Boah, starke Abwehr, Sarah Straubi gegen Crystal Rivers. Aber danke, Ball. Und der Tipp ist dieses Mal das Mittel, das funktioniert. Schlägt auf. Das muss Sarah Straubi so lösen. Nächste Schocks zum 1-1 Ausgleichs. Crystal Rivers. Ja! Der ist drauf. 1-1. Allianz MTV. Gemeinsam mit ihrem Cheftrainer. Lewinzka wird geblockt. Von Braylon Morissette. Wow! Was ein Block. Weiter auf. Macht das richtig gut. Nächster Versuch. Allianz MTV über Pauline Marta. Die kommt wieder durch. Mal schauen, was Mata Lewinska anrichten kann. Die Annahme steht bei Juli Knolema. Und Pauline Marta. Vollendet zur 2-1-Satzführung für die Gastgeberin von Allianz MTV Stuttgart. Sie wird sich weiter versuchen am Aufschlag, die Slowenien. Der ist wieder stark. Chance zum Ausbau der Führung. Für die DSC. Nicht genutzt. Nächste Chance. Marta Lewinska. Was ein Winkel von der Lette. Wow! Passieren da die Fehler. Jetzt muss Willi Morissette den Aufschlag annehmen. Der sitzt jetzt mal von Pauline Marta. Schwierigen Job, den sie da hat. Jetzt. Claudier. Erlöst. Fällt zwar hin, aber das ist symbolisch nicht außergegrifflich für den Satz, dass sie hier da gerade am Boden lag. Also, Dresden zieht's. Satz 4 in der Scharena. Wieder sind die Blockfinger dran. Starke Abwehr von Juli Knollema. Crystal Revers mit dem Pipe. Lober Fejok. Bereinigt hinten. Nächste Chance. Oh, der ist schwer. Aber Pirzi, Fatman. Und Milana Posic holt Konstantin Bitter. Zeigt Emotionen, die man nicht so häufig sieht bei ihm. Milana Posic macht's. Macht's. Juli Knollema löscht. Aber das ist dann natürlich eine Einladung für eine wie Marta Lewicka, ja. Nur noch ein Punkt. Beide Trainer haben keine Auszeiten mehr. Aber der geht hier weg. Und der Jubel Stuttgart kennt keine Grenzen. Und dann... Wow! Was... Ein Spiel erneut in der Scharena. Das war... Wieder Werbung... für... den deutschen Volleyball. Alle Spiele. Live. Und auf Abruf. Bei Dein. Aber ich kann mich nicht mehr Besucher zeigen. Und er hat mich nicht mehr Besuchung oder nicht mehr Besucher lassen.